Mit der Firmenkreditkarten-App im LBBW Corporates Portal holen Sie jetzt noch mehr aus Ihrer Corporate World Mastercard raus. Hier sehen Sie alle Firmenkreditkarten auf einen Blick, die über das Firmenkonto abgerechnet werden. Dazu gehören zum Beispiel Kartenlimit, Status oder Auslastung. Und das Beste? Sie können Änderungen der Firmen- und Kartenlimite direkt in der App beauftragen. Eine sehr praktische Funktion, sollte beispielsweise auf einer Geschäftsreise das Limit ausgeschöpft sein. Und auch das Controlling freut sich. Über die integrierte Umsatzanzeige sind Sie immer auf dem Laufenden, welche Umsätze in den letzten acht Wochen getätigt wurden. Die Monatsabrechnungen stellen wir Ihnen bereits am 1. des Folgemonats als PDF in das Postfach der App. So behalten Sie immer den Überblick, ganz ohne Papier. Die Firmenkreditkarten-App erhalten Sie kostenlos mit dem LBBW Corporates Portal.